Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Teresa von Samydolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los. In diesem Video schauen wir uns an, wie man Stoffkanten auch ohne eine Overlockmaschine versäubern kann. Also wenn ihr keine Overlockmaschine habt wie diese hier und die Stoffkanten nicht so versäubern könnt wie mit diesem Stich, damit die Kanten nicht ausfranzen, da kann man einfach einen Zickzackstich nehmen. Die kann man so groß oder so klein machen, wie man möchte, wie man das für sein Projekt haben möchte und dann kann man auch schon loslegen. Ich nähe jetzt einfach den Zickzackstich hier, nicht ganz an der Kante entlang, weil ansonsten würde der Stoff hier ein bisschen zusammenzubillen. Das ist kein Wort, oder? Also er würde sich so zusammenziehen und wenn ich ein bisschen Platz lasse, kann ich den Stoff leichter nähen und dann kann ich hier den Stoff, der übersteht, ein bisschen abschneiden und habe dann meine Kante versäubert und dann franzt der Stoff einfach nicht so leicht aus. Wenn man es dann nochmal ganz sicher machen möchte, kann man hier mit einem Geradstich nochmal oben drüber nähen und dann bleibt der Zickzackstich für lange, lange Zeit erhalten. Und wenn man dann eine Nähmaschine hat, die mit Überwendlingsstichen kommt, dann kann man den Überwendlingsfuß nehmen hier. Der hat so eine kleine Führung hier unten, wo man die Stoffkante genau anlegt und dann wird der Stoff da entlang geführt und dann oben hat es noch so ein kleines Stäbchen hier, wo der Faden drüber geführt wird, damit man ein bisschen weiteren Stich hinbekommt. Damit der Faden nicht zu angespannt, zu knapp ist. Und hier kann man diese drei, sechs, sieben und acht, die verschiedenen Stichmuster nehmen. Alle anderen Stichmuster auf der Nähmaschine funktionieren dafür nicht. Ich entscheide mich jetzt für die Nummer sieben und da kann man schön entlang nähen hier. Die Stoffkante wird entlang geführt an der Führung bei einem Überwendlingsfuß und dann kann man wunderbar ohne Overlockmaschine auf der Nähmaschine seine Kante versäubern, damit die nicht ausfranst. Ich zoome jetzt mal hier ein bisschen rein, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht, was dann hier passiert, wenn ich nähe. Und da kann man sehen, wie der Faden rübergeführt wird über dieses kleine Stäbchen da, damit man ein bisschen mehr lockeren Faden hinbekommt. Und so sieht die Kante dann aus, wenn sie versäubert ist. Jetzt nehme ich mal den anderen Stich. Der geht auch. Der ist mehr für feinere und dünnere Stoffe geeignet. Aber das kann man immer in seiner Anleitung für die Nähmaschine genau nachlesen, welcher Stich denn für welches Projekt am besten geeignet ist. Und so sieht das dann aus. Jetzt franzt mir die Kante nicht mehr aus. Wunderbar. Und die Nummer 8 ist für stretchige und Jerseystoffe geeignet. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. In einem anderen Video habe ich diesen Stich schon mal benutzt. Und dann ist die Kante wunderbar versiegelt. Und mit der Overlockmaschine geht es natürlich auch. Ja, also ich hoffe, das kleine Video war hilfreich. Jetzt wisst ihr genau, wie man die Kanten versäubern kann, auch ohne eine Overlockmaschine. Und im nächsten Video schauen wir uns dann das Absteppen und Untersteppen an. Ich hoffe, ich sehe euch dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlasse mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Video-Wünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!